Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe des Trading-Tipps. Nach zwei Wochen darf ich mal wieder ran. Heute ist der Pharma-Impfstoff-Aktien-Index, den der Aktionär aufgelegt hat, unser Basiswert. Spannend vor allem wegen Valneva. Der französische Impfstoffhersteller befindet sich im Aufwärtstrend seit ein paar, ja ungefähr zehn Handelstagen, seitdem man eben die Zulassung für einen Impfstoff in UK beantragt hat. Von 10 Euro ging es los. Wir sind heute Morgen schon wieder 6 Prozent bei über 17 Euro und das dürfte möglicherweise dazu führen, dass der gesamte Index bald ein neues hoch macht. Und wenn wir da ausbrechen über diese Hürde bei 133, zumindest mal aus technischer Sicht, könnte da, wie gesagt, neuer Schwung reinkommen und wir dann den Weg weiter fortsetzen in Richtung 140, 150 Punkte. Das ist so die Idee, die wir verfolgen. Und deswegen haben wir uns für ein Faktor-Zertifikat unseres Partners Morgan Stanley entschieden. MA67CT, aktueller Kurs 17,65, Faktor 3. Wie gesagt, da ist wieder Momentum drin. Sehr spannend. Den Stoppkurs, den würden wir bei 15,50 Euro platzieren. Kollege Vögel hatte am Freitag auf Salesforce ein Produkt, das aber jetzt die Erwartungen bis dato nicht erfüllt hat. Wir sehen nach dem Hoch bei knapp 270, 275 Dollar ging es leider wieder nach unten und der Schein entsprechend auch zurück. Hier 16 Euro Empfehlungskurs, kleines Minus von gerade mal drei Prozent, also nicht die Welt. Mal noch die nächsten ein, zwei Handelstage schauen, was da passiert in Amerika. Und ansonsten muss man halt auch mal die Position glattstellen. Aber vorher kein Handlungsbedarf. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen gute Kurse. Bleiben Sie gesund und bis morgen. Ciao.